ich gratuliere zum weltfrauentag mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die heute ist der 8 märz 2024 heute ist ein ganz wichtiger tag nämlich der weltfrauentag heute ehren und feiern wir unsere frauen meine damen und herren das ist kein kommunistischer brauchtum oder sonst irgendetwas sondern das ist ein viele jahrzehnte alter feiertag der weltweit überall gefeiert wird natürlich auch in deutschland natürlich auch in ostdeutschland dort ist das sehr weit verankert ich kann mich noch gut daran erinnern dass wir zum beispiel 1989 als ich dann das erste jahr oder da war das erste jahr meines berufslebens als schlosser als betriebsschlosser dort haben wir zum beispiel auch in unserer damaligen brigade eine frauen eine eine feier ausgerichtet für unsere frauen meine damen und herren dieser strauß blumen den ich hier stehen habe der ist exemplarisch der ist plakativ für alle frauen auf dieser erde ich freue mich wirklich heute für sie ich weiß auch dass sie oft die dummheiten und die unzulänglichkeiten von uns männern ertragen müssen ich weiß dass sie oft viel mehr und viel härter als wir arbeiten als männer und dass sie auch ungerecht behandelt werden dass sie unsere kinder ziehen dass sie unsere kinder zur welt bringen dass sie oft auch für die familien einspringen dass sie die eltern und die familien angehörigen pflegen dass sie oft solche tätigkeiten ausüben die sie auch in ihrem eigenen beruflichen fortkommen behindern und deshalb werden sie natürlich leider ich sage das wort natürlich sondern leider oft auch ungerecht behandelt was zum beispiel auch die frage der ungleichbehandlung von löhnen und von renten anbetrifft meine damen und herren ich wünsche mir für sie frauen alle auf dieser welt frieden gesundheit ein gutes fortkommen eine gute berufliche ausbildung gleiche löhne auch gegen gleiche löhne gleiche renten armutsfeste renten gute sozialleistungen das wünsche ich mir für sie selbstverständlich und deshalb auch hier für sie dieser strauß blumen ich wünsche ihnen alles alles gute beste gesundheit zum weltfrauentag